Warte Ich betrete in 2 1 Das hast du ja wirklich gemacht Ich bugge Was bugst du denn? Hoffentlich nichts verbranntes Backen Ich bugge echt Timo, schau dir das an Guck, ich bin die ganze Zeit in den Leichter Modus Hier Hühnchen Siehst du das, Kevin? Ja Was ist da los? Aber du hast keine Leichter anbischt Ne Ich wacke im Boden Scheiße, wir sind nicht im gleichen Team Äh Außer hier rein Ich wacke im Boden, Hilfe Ach guck mal wie ich da liege Warte wenn ich Siehste wie ich da liege? Ne, du liegst nicht Bei mir liege ich voll Bei mir liege ich voll Warte Warte ich muss ins Queen shoppen Ey ich rutsch runter Ich rutsch runter Siehste das? Ja Ich rutsch runter Neun Neun Was ist da los? Was ist da los? Ich will nicht Ich schweb in die Richtung wohin ich gucke Da muss ich nur nach oben gucken Dann sollte ich hoch gehen Funktioniert? Irgendwie ja nicht Scheiße Ich bin hilflos Ich bin hilflos Ich bin hilflos Ich liege Geh weg, geh weg Au Lol Lol Was ist da Ich 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 Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Frag Fragst du immer noch? Jo Ich stehe mir gleich noch Dass du nicht auf so'n Surfbrett liegen Und versuchen zu schweben Warte Diese Haut haben hier irgendwo in die Luft No Lol Was ist da los? Bei mir fliege ich Bei mir fliege ich You are banned from the server So Liegst du immer noch? Ja Ha 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 Also ich würd sagen, das ist eine sehr produktive Folge. Wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze hier so abgeht. Ähm. Oh. Ja. Hm. Oh. Ja. Hm. Scheiße! Ich kann echt nichts machen. Ich leg hier einfach nur so nutzlos rum. Ja. So kommen wir, Terry. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaub's nicht. Wenn du da glaubst. Wenn du da glaubst. Was? Das ist der Kevin. Warte. Yay. Wer hat der Fame? Warte. Wer hat das geschrieben? Hellla mi Hellla mi Lee Er Er Oh Er wurde gezündet Boom Nope Ein Nope Ehh GG Oh Man Hahaha Wow Oh Man Hilfe 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 Wieso haben wir noch ein Betz? Wieso haben wir noch ein Betz? Wieso erinnerst du Timo daran? Jetzt wird er ja gleich vorbei kommen. Timo, töte mich! Ich hab's versucht! Ich denke ich mit dem Kopf im Boden! Ich denke ich mit dem Kopf im Boden! Man lebt nur meine Füße! Oh Leute, wir sind das einzigste Team noch mit Betz! Komm mal Hörde! Nein, nicht da! Gilt den Dreizack! Wer den versteht ist pervers! Ich hab niemals zugehört! Ich hab gesagt Hörde, ich komme Gilt den Dreizack! Ich weiß nicht! Ich guck gerade steif nach unten! Ich fahr da gleich runter! Ich fahr da gleich runter! Das sieht so aus, als würde ich da einfach so abhängen! Alter, was willst du euch erzählen? Alter! 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 Ich hab' dein Team mehr gekriegt! Oh, er war schwebig! So ähnlich, ja! Er schwebig gerade! Wenn er als Supporter zugucken würde, könnte er sein, das Merklein! Ja! Gevin, nehm' zwei Barrikaden und die eine Barrikade nochmal! Oh, mein! Oh! 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 Der schwebt hier einfach hinterlos! Was ist, was ist hier los? Hilfe! Lieber Zeitoxid sofort! Bitte fix das! Bitte! Was? Das hat sich gerade anders angehört! Timo! Du hast es so gesagt! Ich sagte, bitte fix das! Ja, das hat man aber nicht verstanden! Ja, ja! Ja! Guck mal! Dann... Dann hab' ich... Ich falle! Ich falle! Ich falle! Ich falle! Seht ihr das? Seht ihr das? Gefällts nicht! Was? Bei mir fall' ich so langsam! Scheiße! Ihr müsst euch dann vorstellen, er hätte ich so ne Leitshop-Position jetzt gerade! Und so wacke ich hier drin! Kurzum, ich sag's also, ich hab Bandicam an! Ich zeig dir das nachher, wie das aussieht bei uns! Null! Ich bin mir angefallen! Alter!